Moin Freunde, wenn ihr euch, wundert euch nicht, ich fange nochmal von neu an, Metamission, weil irgendwie kam ich da nicht weiter. Diese, äh, Mikrofon ist noch, die Magnetstreifenkarte, diese Sicherheitskarte, die hätten wir gebraucht, wie ich das schon vermutet hatte. Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, nochmal die Mission nochmal neu zu starten. Und diesmal richtig. Legen wir mal los. Ja, zwei Sicherheitssysteme deaktivieren, das ist mir schon klar. Und eine Verkleidung besorgen, aber wenn es minus 250 Punkte gibt, hier wäre schon ein Weckdarm. So, dann verkleiden wir uns mal. Und dann können wir gleich jetzt mal verschwinden. So. Sicherheitssysteme deaktiviert, ist der zweite. Lieber ist ja bisher, bisher, bisher. Ja, ist doch ein wunderschöner Tag. 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 Ein wunderschöner Tag zum Haarbeiten. No. Was zur Hölle? Lieber ist zur Hölle. Ja. 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 Wie fragt man sich, wie weiß er das? Welcher Knopf er drücken muss? Wer ist das? Wenn du das wüsstest, ne? Müsste ich dich umbringen. Alpha 5 4. Erstatte Bericht. Alles sauber. Over. Over. Punkte einsehen. Warum? Haben wir hier noch was zu übersehen? Ich hoffe nicht. So, jetzt müssen wir hier die Sicherheitskarte finden. Erstmal das manipulieren. Okay, mach ich. Alpha 4 erstattet Bericht. Nichts zu... Was ist hier los? Jetzt muss ich mich mal ganz genau umgucken. Nicht dass hier irgendwas noch zu übersehen ist. Ah, da ist die Sicherheitskarte. Wir müssen nur warten, bis der abhaut. Wer sieht denn uns da aus? So, jetzt mal haben wir die Sicherheitskarte. Jetzt mal geht es ruhig dazu. Verschwinden Sie jetzt lieber! Ja, ich bin schon weg. So. Diesmal haben wir die Sicherheitskarte gefunden. Alter. Wie blind muss man sein? So, jetzt können wir durch dieses große Türchen. Exit. Jetzt hat es endlich geklappt, ne? Knirsch. Hallo? Ja. Ja. Hallo? Ja. Tschüss. Hallo? Ja. Tschüss. Entschuldigung, mein Freund. Na, du hast mein Weg. Nichts. Andere Bekleidungen? Mein Gott. Das ist eine Sauerkrein. Nein. Halt die Taste. Halt die Taste. Hm? Nach Lack da? Achso. Einere Waffen brauchen wir momentan ja nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Die beste Verkleidung muss man schon haben, sonst nützt die ganze Aufgabe nichts. Okay. Das müssen wir alles entsetzen. Okay. Auch diesmal, diesesmal, geh ich die Tür. Da gibt es nämlich kein Verdacht, dass ich nicht hier bin. Ja, bin gleich da. Hast du Sektor 2 gecheckt? Moment. Wir müssen wirklich gründlich sein. Wachsam bleiben, hieß der Befehl. So, Kontrollpunkt ist angekündigt. Wir kommen zu spät zur... Sie kommen mir nicht bekannt vor. Ach echt? Er ist verkleidet! Ich hab doch das Luft hingekriechelt. Verdammt, wieso muss das jetzt Luft geben? Wie kommt ihr das mit hier? Ich hoffe, das war das einzige Mal, wo wir ausgeflogen werden müssen, gegen die Krise. So, auf jeden Fall ist ich mal ein Stückchen weiter. So, das ist schrecklich, einfach schrecklich. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Was ist hier los? Das, was nicht festgebunden ist. Äh, ich will mal kleine Hilfen. Wie kommt ihr das rein? Und wenn wir auf Deppcon 1 stehen, dann gibt es nur noch viel Arbeit. Für uns gibt es heute keinen Kuchen. Aber das Alperkuh braucht keine Trittschen. Okay, gehen wir eine Runde. Sieht aber ziemlich richtig aus. Jawohl. Stromversorgung ist wieder hergestellt. Dieser Schalter braucht Strom. Warum auch immer. Es ist 2000 und Minus dort. Du musst die Kohle verschaffen. Hey, nach dem Kampfhandel sind. Die Kampfhandel sind in den neuen Kampfhandel. Wo sie gesteckt, haben die Kampfhandel... Wie, 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 wie... Der Schalter braucht steigend. Der Schalter braucht steigend. Der Schalter braucht sich in der Raum. Wenn es dann nicht den Kapitän im Abend versucht hat, kassiere ich ab. Du kriegst dein Geld, ich bin raus und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende. Okay? Sie kommen hier nicht bekannt vor. Hey! Hey! Ich hab sie durchschaut. Hey! Er hat die Klamotten gewechselt. Oh. Da stimmt was nicht. Seht uns lieber mal auf. Das war ja alles verdammt. Das fand ich. Das war ja alles. Gibt es hier sonst noch irgendwas verstecktes? Ja. Nee. Junge, Junge. Anlage infiltrieren. Schalldämpfer? Nicht schlecht. Kann man ganz leise killen, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber man kann die Art erspielen. Von zwei Arten. Durchspielen leise. So wie ich das manchmal versuche. Und laut. Einfach durchrennen und ballern. Schade. Hätte mal einen kleinen Freiflug machen können. Ja. Die Jäger. 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 Los geht's nicht? Chao. Tschö sí. Es hat schon gut tomar早. Zu Florence. Nein. Vermittlung. Nein. Das war's für heute. Dann geht das vielleicht doch da? Habs noch nicht gesehen, da Aromastix ist. Okay. Erdenfreiflug. Schau, der in der Zwischenzeit gerätet. Wo hab ich die nur schon mal gesehen? Im Fernsehen. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest, Cowboy. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Kein Stempel, kein Kilometer-Gaze. Das ist Verlässigung. Das ist Verlässigung. Kein Stempel, keine Kilometer. Genau. Genau. Ich kenn den! Ja, jetzt kannst du auch meine Forst. Okay. Messer, Waffen, Waffen. Wir brauchen bald eine Waffelscheine. Meine Waffen zu essen. Okay. Ob das eine andere Verkleidung ist? Nein. Zentrale, hier ist ein Totau. Keine Ahnung, aber ich bin's raus. Bleib dran. Ich nieder. Nein, glücklicherweise nur Bewusstseins. Alles klar, mach ihn. Ich nieder. Nein, glücklicherweise nur Bewusstseins. Alles klar, mach ihn. Nein. Ich nieder der Freikantrag. Guten Tag. Okay. Wir brechen jetzt mal ab! Einfach mit dem weiter, was wir faulen nimmst, die wir das bei dir furcht gemacht haben. Ganz ruhig. Ruhig, kleiner. Siehst du etwas? Ich sehe nichts. komm schon, flächster leise da ist nichts oh ne verkleidung hehehe oh süß das kann man hier schnell die schippen schippen wir uns hehehe nicht schlecht Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Kommt doch das nochmal. Aus, hab ich gedacht. Von wegen, bester Freund des Menschen. Kommen Sie da lieber raus. Das Theater ist vorbei, Kumpel. Recht? Schluss damit, sofort! Sie sind erledigt. Geben Sie auf. Machen Sie keine Dumpf, sofort aufhören. Erschießt ihn! Darauf falle ich gescheit, Leute. Oh, mein Gott! Verkrankt schüsse! Ich versuch's noch! Das klemmt! Ich komme weg. Okay, wir müssen alles durchsuchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich seh ihn nicht. Ich komme nicht weg! Hey, Papi! Komm schon! Mist! Keine Position mehr! Hier ist sie doch ein Knoll! Ich hab den Hut und oder nicht! Holt ihn euch! Er hat sich festgelagelt! Mach schon! Hey! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Alter, das klappt manchmal echt nicht bei mir. Aha! Heilig! Scheinlich! Ich muss einfach nur hier raus! Ab, du bist nicht! Mann ey, was für ein Ende. Toll, muss ich ihn jetzt schon sehen. Mal sehen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Mal sehen, ob das besser klappt. Bis dahin. Ciao, ciao.